Herzlich Willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Was sagt die Farbe des Urins aus? Welche Urinfarbe ist gesund? Ich unterscheide dunklen und hellen Urin und es gilt, solltest du unabhängig von der Einfärbung Beschwerden haben. Kontaktiere bitte deinen Arzt. Fangen wir mit klaren und farblosen Urin an. Keine Gefahr, der Hahn wird durchsichtig, wenn er stark verdünnt ist. Das ist gut, du achtest also offensichtlich verstärkt auf deine Flüssigkeitsaufnahme. Trotzdem, wenn du trotzdem ständig durstig bist, dann könnte das ein Hinweis auf Diabetes sein. Frag in diesem Fall bitte deinen Arzt. Zweitens, bisschen dunkler schon, also hellgelber Urin, nicht mehr ganz durchsichtig. Sehr gut, setzen, du bist gut durchgedrückt. Fertig. Gelber Urin, auch hier alles entspannt. Keine Anzeichen einer Erkrankung. Die Urinfarbe liegt noch im normalen Bereich, aber greift bei Gelegenheit mal zur Wasserflasche. Dann der dunkelgelbe Urin. Das tritt öfters mal morgens auf, weil man nachts eben wenig bis nichts trinkt und schwitzt, dann ist der Harnstoff sehr konzentriert. Dunkelgelber Urin ist dann die Folge. Im Sommer kann dann die Einfärbung auch im Tagesverlauf vorkommen. Warum? Weil wir dann eben viel schwitzen, oft nicht ausreichend Flüssigkeit zu uns nehmen. Wir vergessen das und dann bist du nicht krank, aber du solltest auf jeden Fall ein sehr großes Glas Wasser trinken. Wenn der Urin jetzt trübe, trübgelb ist, dann bitte ab zum Arzt. Alles andere macht keinen Sinn, weil wenn Urin undurchsichtig ist, dann besteht der dringende Verdacht auf eine bakterielle Infektion. Wenn der Urin jetzt dunkelgelb bis orange ist, nun die Ursache, die kann zu viel des erwähnten Bilirubins im Harn sein. Möglicher Grund hierfür eine Schädigung der Leber, gar nicht so gut, oder eine Blockierung des Gallenabflusses, zum Beispiel durch Gallensteine. Das kann auch schmerzhaft sein. Auch möglich Gelbsucht, bestimmte Medikamenten, also Antibiotika und und und. Geh unbedingt zum Arzt, geh zum Urologen. Wenn jetzt der Urin braun ist, dann könntest du Blut im Urin haben. Und ja, man spricht dann von so genannten altblutigen Urin und der ist Anzeichen eines Infekts oder sogar eines Tumors. Ab zum Arzt. Braun gefärbte Urin kann aber auch während des Fiebers oder einer starken Dehydratation auftreten. Dann rötlicher Urin noch. Auch hier könnte Blut natürlich der Verursacher sein. Aber ja, hier jetzt bitte nicht gleich in Panik ausbrechen. Das macht da wenig Sinn, weil die Blutspuren im Urin, die sind für das normale Auge nur äußerst schwer zu erkennen. Viel öfter ist das etwas Ungefährliches die Ursache. Lebensmittel wie Blaubeeren, Rhabarber, Rote Beete, die können den Urin gehörig rötlich einfärben, aber auch Medikamente, zum Beispiel gerade Metamizol und andere Medikamente, die haben Einfluss auf die Farbe, aber auch auf den Geruch. Wenn der jetzt hellgrün oder neongelb ist, die Frage, bist du Pumper, nimmst du irgendwelche Supplements ein oder hochdosiert B-Vitamine, weil Vitamin B-Präparate und Nahrungsergänzungsmittel, die können aus deinem Urin tatsächlich so ein 80-Year-Revival-Wasserfall machen, der sehr, sehr cool aussieht, aber harmlos ist. Wenn du außerdem jetzt Schmerzen hast oder der Urin dickflüssiger wird, dann ist das ein Symptom für die Harntraktentzündung, dann gehst du natürlich auch sofort bitte ab zum Arzt. Ja, das waren die Farbskalen der Regenbogen sozusagen im Klosett. Fällt mir jetzt nichts Flöderes ein. Also mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Schaut, dass ihr unbedingt einen durchsichtigen bis hellgelben Urin habt. Das ist alles gut. Trinkt ordentlich, also Wasser hauptsächlich. Ansonsten bleibt optimistisch. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Seht die Mundwinkel nach oben, ganz weit nach oben. Love, Peace, Bye. Bis zum nächsten Mal.